Torkanale der Woche bei uns Marvin Plummer von der SG Jürgenshausen. Marvin, vier Tore hast du geschossen gegen Thalau 2. War für euch ein wichtiger Sieg, vor allem für euren Trainer, was glaube ich ein bisschen Balsam für die Seele ist, ja sein Ex-Verein Thalau. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Ja, ich denke, dass es eine gute Mannschaftsleistung von uns war, über 90 Minuten, dass wir auch verdient gewonnen haben und dass es jetzt nicht nur an den vier Toren von mir lag, sondern dass wir als Team gut gespielt haben. Aktuell seid ihr Tabellendritter, habt euch gut gefangen, sehr gut gefangen nach dem Abstieg, seid auch punktgleich mit dem zweiten. War das zu erwarten, dass ihr schon so früh in der Saison eine gute Rolle spielen könnt? Also wir haben, denke ich mal, nicht so damit gerechnet, dass wir so einen Start hinlegen, sind jetzt natürlich sehr zufrieden damit, aber die Saison ist ja noch lange und gucken wir mal, wenn wir am Ende immer noch dastehen, gucken was noch geht, wäre natürlich super. Was ist denn euch zuzutrauen, was ist denn, was glaubst du denn, was die Mannschaft dies Jahr bei euch leisten kann? Unter die ersten fünf, denke ich mal, ist so das Ziel, aber ich denke auch, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und bis auf den zweiten Platz, da kann noch der sechste bis siebte Tabellenplatz, glaube ich, kommen, ist hier noch ein bisschen hin die Saison und einen glasklaren Favoriten gibt es, glaube ich, bei keinem Spiel, da kann jeder jeden schlagen und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Tabellenplatz eins ist im Moment Künzel zwei, die treten extrem souverän auf, haben jetzt auch erst einen Unentschieden in den ersten zehn Spielen. Glaubst du denn, dass die da durchmarschieren wieder? Ich denke schon, dass es auch spielerisch gesehen nicht die stärkste Mannschaft ist und ich denke schon, dass die das machen werden, ja. Dann dürfte es für euch ja in erster Linie um Platz zwei gehen, wen siehst du da so als ersten Konkurrenten für euch und wird das auch bis zum Schluss so spannend, wie es jetzt ist? Also ich denke schon, dass es ziemlich eng bleibt bis zum Schluss. Büchenberg und Margrettenhauen, aber es kann auch noch Rollbach sein, Dietershausen ist auch nicht zu unterschätzen, Gersfeld kommt jetzt noch, also das könnte jeder werden. Bislang läuft es für dich auch sehr gut, hast du schon zehn Tore dies Jahr geschossen, wie bist du so persönlich zufrieden mit der Saison? Ja, natürlich gut, also ich bin gut zufrieden mit. Ich habe sonst nämlich immer auf der rechten Seite gespielt, wurde jetzt ein Sturm mal gestellt und klappt bis jetzt ganz gut. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Glückliches Händchen vom Trainer. Ihr kamt jetzt ja aus der Kreis-Oberliga, seid ihr abgestiegen. Ist das für den Verein ein erstrebenswertes Ziel mittelfristig wieder? Ich denke mal, das kann man so nett sagen, weil wenn wir mal ehrlich sind, wie wir letztes Jahr aufgestiegen sind, hat auch keiner mit gerechnet. Wir wissen glaube ich selber nicht so richtig, wie wir das geschafft haben und wenn wir es packen sollten, wäre natürlich wieder überragend. Aber wenn es nicht klappt, dann ist uns auch keiner sauer oder ist jetzt nicht das Ziel, wieder direkt aufzusteigen. Okay, dann drücken wir die Daumen. Auf jeden Fall, dass es trotzdem eine erfolgreiche Saison wird. Vielleicht Relegation wieder, da habt ihr ja schon gute Erfahrungen mitgemacht und dann wünsche ich dir alles Gute für die weitere Saison. Und ansonsten wie immer der Aufruf, wenn ihr jemanden habt, den ihr zur Torgenade der Woche nominieren möchtet, schickt einfach bis Montag 11.45 Uhr eine Mail an info.torgenade.de. Mit ein bisschen Glück könnt ihr nächste Woche neben mir sitzen.